Na, endlich gönnen sich die Indizes auch mal eine Pause. Natürlich doof für all diejenigen, die long sind oder noch long sind und dementsprechend hoffen, dass es idealerweise nur ausschließlich und ohne Pause nach oben geht. Aber sind wir mal ehrlich, so realistisch ist das nicht. Und es deutete sich an, wir haben es gestern ja schon angesprochen, dass die Aufwärtsbewegung, die wir hier hinten hatten, sehr korrektiv in Trendrichtung aussieht. Hier, so kann das im Kleinen aussehen, so sah das hier im etwas Größeren aus. Und das sind häufig Zeichen dafür, dass der Kurs dreht. Also so wie hier, wenn ihr sowas habt. Das sieht korrektiv aus in Aufwärtsrichtung. Wenn ich euch dieses Teilstück hier zeige, sagt ihr, das ist eine Korrektur. Wegen der vielen Kursüberschneidungen. Oder hier im Nahkampfchart, wenn ihr diese Aufwärtsbewegung seht, sagt ihr, das ist eine Korrektur. Aber sie geht in Trendrichtung und damit ist häufig eben das Ende dieser Trendrichtung, das vorläufige Ende dieser Trendrichtung angezeigt. Und das hat sich hier sowohl im 5-Minuten-Chart als auch im 4-Stunden-Chart oder Mehrstunden-Chart hier bestätigt. Na gut, also dann kommt der Kurs halt runter, wenn er es dann unbedingt meint. Die Marken haben sich natürlich seit gestern nicht wirklich verändert. Wir hatten es ja mal so immer mal wieder angesprochen. Ich sage mal so ganz grob beim 14.000er Marke kann ein bisschen höher natürlich sein. Aber das wäre so die erste Zielmarke, wenn er es ein bisschen umfangreicher meint. 13.700, 800, irgendwie sowas in der Richtung. Und nur wenn er es wirklich ganz ernst meint, dann müsste es noch tiefer gehen. Also das wäre dann das Bild sozusagen, dass diese gesamte Bewegung hier vielleicht in eine Korrektur geht. Und damit die ganze Bewegung, die wir hier nach oben hatten, diese Bewegung hier gegebenenfalls nochmal in diese mittlere Zone reinfällt. Ihr erinnert euch, Korrekturen laufen gerne in diesen Bereich rein. Gerne heißt nicht immer. Es kann tiefer sein, kann höher sein. Es bietet uns aber eine Orientierung zumindest mal. Also auch dieser Rücksetzer ist denkbar. Wenn er direkt da durchfällt, hier auf jeden Fall. Wenn er hier dreht, dann geht es vielleicht nochmal ein bisschen erst höher. Das ist durchaus realistisch. Also ein sehr realistisches fände ich jetzt irgendwie sowas. Also ein Fünffeller nochmal nach oben und anschließend erst diese Korrektur. Das fände ich jetzt am Muster gültigsten, am besten eigentlich. Das heißt aber leider nicht, dass immer das passiert, was ich cool finde. Aber das wäre klassisch. Aber auch das wäre, wenn ich es noch ein bisschen schöner zeichne, von mir aus A, B, C, ein mögliches bullisches Szenario. Wenn er da nämlich durchgeht, dann haben wir noch viel mehr nach oben zu erwarten. Also ich bin auch trotz dieser Pause im Übergeordneten noch nicht generell, dass ich sage, oh Gott, die Welt bricht zusammen und alles ist ganz schrecklich. So sehe ich das nicht. Aber wir müssen damit ein bisschen rechnen, dass eben jetzt vorläufig mal ein bisschen Pausemodus angesagt wird. Noch sehen es die Marktteilnehmer aber einigermaßen locker. Ihr seht, dass auch hier die Abwärtsbewegung, ja schaut es euch an, ebenfalls überschneidend ist. Also für die ganz große Korrektur, das, was ich jetzt oben rechts gemalt habe, finde ich, sieht es hier aktuell noch nicht aus. Habe ich eben DAO gesagt, das ist natürlich der DAX. Beim DAO sieht das Bild allerdings grundsätzlich ähnlich aus. Deshalb bin ich da in die Verwechslung eben reingekommen. Auch hier sind wir hier in der Korrektur und ich habe, glaube ich, eben das Falsche gesagt. Aber ihr habt es gesehen, bis eben war es der DAX, in dem Fall der Future, der Dezember-Kontrakt. Die Werte müsst ihr übrigens gegebenenfalls anpassen. Wenn ihr abweichende Kontrakte handelt, dann kann es sein, dass die Kurse ein bisschen anders sind. Manchmal hat man ja, dass man den Future nicht handelt, sondern irgendwie einen Knockout oder irgendwie einen anderen, ich sage mal komischen Kontrakt, also der vielleicht jetzt nicht den exakten Kurs da widerspiegelt, sondern irgendwie eine Variante daraus. Oder dass man eben CFD hat. Nicht alle Anbieter, einige machen es ja ganz exakt, dass sie das mehr oder weniger darstellen so. Andere sind da abweichend und haben immer nochmal irgendwie ein Aufgeld da drauf. Das müsst ihr dann eben gegebenenfalls vergleichen. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie sieht es beim DAO aus? Ihr seht es hier schon in der Zeichnung, wir haben die Unterstützung hier. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir da nochmal einen tiefer gehen. Es wäre eigentlich eine gesunde Angelegenheit. Jetzt auch nicht herzallerliebst für meine Long-Position, die ich nach wie vor noch halte. Also die mache ich jetzt nicht daran abhängig. Ich mache immer Einzelanalysen. Interessanterweise ist es so, dass viele US-Aktien im Moment eigentlich ein gutes bullisches Bild haben, weil viele US-Aktien so ein bisschen ähnlich sind wie das, was wir hier hatten beim DAO und eigentlich jetzt das hier erwarten lassen. Also das ist etwas, was nicht nur jetzt hier beim DAO, also beim großen Index der Fall ist, sondern was für viele Einzelaktien auch gilt, wo das Bild einigermaßen ähnlich ist. Allerdings, ob das passiert, wissen wir nicht. Es wäre aber typisch und es würde in die Gesamtlage eigentlich sehr, sehr gut passen. Ihr seht, ich bin also noch gar nicht so super negativ, auch wenn ich eher erst mal davon ausgehe, dass wir im Moment nicht den direkten Fortsetzer nach oben bekommen. Ich kann mir also sehr realistisch vorstellen, dass wir jetzt so ein bisschen in diesen Pause-Modus reingehen und dann vielleicht so in den letzten Vorweihnachtswochen nochmal richtig einen Schub nach oben dann entwickeln. Also, dass dieses Ding hier noch ein bisschen warten muss, also sprich, dass wir noch ein bisschen hier in die Pause gehen dann. Aber das entscheide natürlich nicht ich, sondern es entscheiden die Marktteilnehmer, ob sie an den entsprechenden Stellen drehen. Und das wiederum bietet uns die Möglichkeit, uns in den Markt rein zu triggern oder rein triggern zu lassen, wenn wir bestimmte Zwischentiefmarken dort oder Hochmarken, je nachdem welche Richtung, dann durchstoßen. So, also hier im Moment bin ich nicht so sehr begeistert. Ich bin latent eher für die Abwärtsseite, weil die war die letzte starke Richtung, die wir hier hatten. Das sieht ja eher in einer schwachen Richtung aus. Da würde man eher wohl sagen, eher die Abwärtsseite. Allerdings, was wir ausgehend von diesem Hoch haben, bisher ist das ja wieder eine Abwärtsseite. Der Kurs ist aktuell hier, ist also ganz klar abwärts. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich hier sehe, überzeugt mich für die Shortseite jetzt auch nicht. Vielleicht ist das ein ganz gutes Zeichen, da mal die Bälle ein bisschen flach zu halten, die Füße ein bisschen still zu halten und da mal nichts zu tun. Kleiner Hinweis, hier oben haben wir vielleicht durchaus einen Wendeanzeiger, der uns vielleicht ein bisschen hier nochmal nach unten bringt. Vielleicht werdet ihr davon nachher von mir nochmal hören, als eine Trading-Idee, die man da nochmal umsetzen kann, aber nur das Ganze unterstützend für die Idee, die wir jetzt gerade genannt haben. S&P, ein bisschen anders unterwegs, haben wir aber auch schon ganz häufig jetzt angesprochen. Trotz alledem würde mich es nicht wundern, wenn wir so langsam, aber sicher auch hier mal eine Pause machen würden. Auch hier sind wir in dieser Ending-Situation, also das ist hier nichts anderes. Ihr seht ja so diesen letzten Kampf hier nach oben. Da hinten sieht man das nochmal. Hier so schnell nach oben und hier so der Kampf. Das ist häufig ein Zeichen für einen Dreh. Auch aktuell hat man eher den Eindruck, das ist die starke Seite, das ist eine dreiwillige Seite. Wir haben das hier getriggert. Und also insofern, die Abwärtsseite ist im Moment meine favorisierte. Vielleicht so die ersten Ziele dafür, die lägen hier unten bei 3935 so in etwa. Ich habe einfach hier vorne grob gemessen, kann man sicherlich genauer machen. Hier hinten das angelegt und dann kommt man hier irgendwie unter die 40 so in Richtung 30er Marke, irgendwo 3530 als eine Zielrichtung, was, sind wir ehrlich, auch kein wirkliches Drama ist. Denkt man mal dran, 1, 2, 3, 4, dann noch 5 wäre ja auch noch ein nicht so untypisches Bild, was ich mir vorstellen kann. Also ihr seht, so meine Nachmittagserwartung ist eher abwärts gerichtet. Allerdings mit dem Vorbehalt, dass auch die hintere Abwärtsbewegung jetzt da relativ harmlos unterwegs ist. Also noch nicht so der ganz tolle Burner. Beim Nasdaq ist es ein bisschen deutlicher. Schub runter, A, B, C hoch. Die letzte Zwischentiefmarke, die haben wir getriggert. Vielleicht habt ihr es ja selber auch schon gesehen. Also wenn ich das nochmal wegmache, ist es relativ klar, welches die stärkere Seite ist. Diese hier oder diese, die ist dreiwellig. Das ist das Zwischentief, der Trigger. Dementsprechend meine vorrangige Erwartungshaltung, dass wir das, was wir vorne hatten, da hinten nochmal bekommen. Ziele wären ungefähr 11.645 von mir aus. Das ist natürlich kein Must-Have, dass er das erreicht. Aber klassischer Stopp ist ja von mir aus hier drüber oder eben die 78er Marke. Also das ist nicht mehr so arg weit entfernt, wenn ihr die Marke nicht lesen könnt. Das ist 11.960, etwa das Hoch vom 16.08 Uhr, also heute Morgen. Und die 78er ist dann halt etwas niedriger. Wenn ihr sagt, die hätte ich gerne ein bisschen genauer, dann könnt ihr die zum jeweiligen Moment selber ausrechnen. Ihr messt halt von dem höchsten Punkt bis zum tiefsten Punkt und dann wäre das auf jeden Fall mal der 78er Stopp. Und natürlich je weiter ihr lauft, desto eher solltet ihr euch überlegen, irgendwie eine Nachziehmechanik, zum Beispiel in 5 Minuten vielleicht ein bisschen arg eng. Vielleicht ist da der 15-Minütige eine ganz gute Lösung, dass man den Stopp hier so hinterher zieht. So lässt man ihm ein bisschen Platz, wenn er mal ein bisschen wackelt. Aber dann seht ihr, dann ist das Risiko ja jetzt schon fast halbiert. Der Einstiegstrigger ist ja die ABC, die Zwischentiefmarke, ist ja immer das Gleiche. Also erzähle ich euch nichts Neues. Das ist ja der Einstiegstrigger. Und der initiale Stopp, der läge ja von dort bis zum Einstieg gemessen. Also die 78er Marke, das ist die 11.933 gewesen. Und ihr seht, inzwischen hättet ihr zum Beispiel im 15-Minuten-Chart, das macht durchaus Sinn hier, wenn man sich das im Vorfeld mal anguckt, machen wir das mal so. Habt ihr den Stopp inzwischen hier beispielsweise oder mit Parabolik, vielleicht sogar schon Millimeter tiefer. Damit habt ihr euer Risiko jetzt schon halbiert. Und wenn er dann wirklich dreht, habt ihr nicht wirklich viel riskiert. Wenn er aber noch wirklich weiterläuft, könnt ihr einigermaßen viel sogar dabei gewinnen. Also so ist die Logik, die dahinter steckt. Der Chart ist hier nicht mustergültig und nicht der schönste. Aber ihr seht, dass man notfalls auch auf diesem Wege hier einigermaßen erkennen kann, mit welchen Bewegungen man da rechnen muss. So weit meine Analyse zu den aktuellen Indizes. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilfreich ist. Ihr habt so ein bisschen mal eine Zielidee, wie weit das hier noch nach unten geht. Also gehen kann. Die Voraussage kann ich natürlich nicht bestätigt sagen. So von wegen, das wird genauso passieren. Die von der Nasdaq haben schon angerufen. Mensch Rüdiger, wollen wir das so machen? Da habe ich dann gesagt, ja, macht mal den Wert. Und dann machen die das nachher. Das ist natürlich Unfug. Aber das wären typische und normale Bewegungsmuster. Und der Rest, den kriegen wir durch diese Nachziehlogiken dann gegebenenfalls einigermaßen abgesichert, sodass das Risiko dann übersichtlich ist. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao, ciao.